Hey Leute, was geht? Bruns hier. Herzlich willkommen zum weiteren Scorpilla Battle. Mein Kater lässt mich grad nicht in Ruhe und will hier chillen, deswegen ich mach Intro mit ihm dann einfach. Alles gut. Wir machen ein Random Team auf dir. 10 Millionen Coins. Scorpilla Battle gegen Anke Frederik. Yo Leute, was geht ab? Frederik auch mit am Start. Grüße gehen an jeden Fall raus. Ist Fido oder Tommy am Start? Naja, Fido, Fido. Ich kenn das immer. Das ist geil. Du liebst Leben komplett, ey. Guck mal, guck mal, Jena, ein kranker Typ. Wir werden für jeden gleich eine zufällige Totti-Karte auslosen. Da gibt's ja eine Diskrepanz. Manche sind 9 Millionen wert, manche sind, ja, 2 Millionen wert. Und je nachdem, was man für eine wertvolle hat, wenn man eine günstigere hat, muss das Team dafür umso wertvoller sein. Das ist, glaube ich, dann ganz gut geregelt, oder? Safe, 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 safe. Was du da auch noch hochladen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil für die Challenge. Welche Totti willst du haben? Boah, sag mal so, in Bellingham sieht sehr stabil aus. Aber ich hätte auch Bock auf ein Messi, ein Papé, ja. Naja, ich weiß nicht. Du? Mein Favorit ist De Bruyne. Okay, Kata ist durchgezogen, wir können reingehen. Okay, wir sind auf dem Trotz Heim, aber wir sind ready, unsere Random Team of Deer-Karte zu kriegen. Alle sind gut, aber manche sind auch geiler als andere. Bist du ready zu suchen? Ja, aber ich bin ready und ich hab auf jeden Fall keinen Bock auf Modric, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Aber ja. Ich sag so, Benzema ist noch nicht so geil, ich hab den getestet, ich fand den schlimm, sogar unbeweglich und so. Ich hab das nicht verstanden. Okay, die Seite ist ein bisschen, was soll ich zu der Seite sagen? Hier ist auf jeden Fall alles dabei. Außer zwei Kandidaten oder drei Kölner. Ja. Also die Hälfte ist nicht dabei. Ich mach mal bei mir schon einen Mindestpreis rein, damit wir eine andere Seite kriegen. Und ich geb dir eine Zahl. Ist Bellingham dabei? Ja, der ist aber nur einmal, das ist unmöglich. Wenn du den bekommst, dann ehrlich ist es. Also ganz viel Modric, oder was? Auch. Und ganz eventuell, hoffentlich, dann ist Karriere. Okay, ich geb dir, ich geb dir Nummer 1. Ja! Was? Nummer 1? Nein, 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 ich hab gesagt 3. Ich hab 3 gesagt. Du hast 1 gesagt, Bruder. Nein, nein. Nein, nein, nein. Doch, du hast 1 gesagt. Nein, nein, Smitty, Weapon, Jagdman, Jensen, der war nämlich die Nummer 3 damals. Nein, 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 er war nicht die 1. Ja, das ist Bellingham jetzt oder was? Ja, das ist ne Freunde, Bruder. Ach, boah, okay. Ja, geil, Bruder, die Freunde. Hey, du kriegst einfach meinen Favorit, vielleicht krieg ich deinen jetzt. Das wär echt witzig. Das wär komplett witzig. Suchst du schon? Nö, soll ich? Ja, Bruder, mach los. Gib mir auch. Gib mir auch den Smitty Weapon, Jagdman, Jensen. Komm, 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 komm. Ist das offen, Seite? Ja, Seite ist offen. Das hört sich nicht so gut an, ne? Also, nur, ich hab, ich hab, gefühlt, 8 Mal Benz, immer 8 Mal Modric und 1 Messi. Das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen hab. Aber okay. Wieso, ich seh einfach nur Stille und so. Ja, ich wollte dir was sagen, weil, das ist so gut rasiert. Ähm, ein Mal Messi kommen, ey, den bekommen, wer Geistes kann, ne? Ja, für mich, ja. Ich denk, ja, warum soll ich den Messi geben? Nein, Benzema, Modric, gut. Hier, sehr gute Spieler. Nimm mal hier Nummer 3, bitte. Ja! Wie, ja. Der unbewegliche LKW-Fahrer Karim Benzema. Aber vielleicht rasiert er heute. Er kann mich jetzt eines Besseren. Also, Benzema gegen De Bruyne ist ein interessantes Matchup. Ein Striker, ein Mittelfeldspieler. Zum Glück hast du dich die Nummer 1 gegeben. Ich meinte, extra sollst du die Nummer 1 geben, weil da war Modric. Und, ja, ausgespielt, ausgespielt. Okay, wir bauen Team, kaufen ein, die Stars, danach geht's weiter. So, wir haben unsere Teams am Start. Bei beiden hat der Starspieler 2 Millionen gekostet. Das heißt, das restliche Team musste noch 3 Mio kosten. Dann kommen wir insgesamt auf 5 pro Team. Heißt, 10 Mio SBB. Hätte jetzt einer von uns MAP bekommen, hätte er theoretisch einfach ganz viele Günstige nehmen können so. Aber es war ja bei keinem der Fall. Das macht's, glaube ich, auch nochmal cooler. Und lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, der Team of the Year Hype ist da. Die nächsten Tage werden auch so, Pax gefällt's und alles. Ich will auch ein paar Likes sehen. Dafür ist mein Kater heute beim Intro dabei, war ja sehr, sehr wichtig. Deswegen lass die 12.345. Coole Zahl. Hier können wir die einmal einblenden, dann seht ihr, warum die so fresh ist. Lass die mal erreichen. Ich habe einen halben Vortrag gehalten, ne? Willst du reinhalten? Komm, komm, komm. Aber der Vortrag war gut. Ich würde dir dafür 13 Punkte geben. Ist doch ausbaufähig. Du hast dich gefragt auf dich. Ich habe frei geredet eigentlich, ne? Ich habe Skizzen genutzt und so. Ich habe sogar Grafik und eingeblendet mit diesen Likes. Okay, mein Stürmer, ich wette jetzt 1000 Euro, dass du ihn nicht hast. Er ist aus der Spanischen Liga. Ich wusste mir eben selber nicht mal, dass diese Karte existiert. Sie heißt Stuani. Er spielt bei Girona. Es ist eine Fruit Centurion-Karte. Die Stats sehen cool aus. Und was das Wichtigste ist für mich. Er ist aus Uruguay. Genau wie mein rechter Mittelfeldspieler. Er ist nämlich bei Werde in Form. Und bam! Alle haben so gut wie volle Chemie jetzt schon. Crazy Link. Der ist geil, Digga. Er kommt hier mit den Albi Celeste. Der Albi Celeste aus Argentinien. Er kommt mit den Urus. Was hast du mit Uruguay, Bruder? Lass mal, lass mal, lass mal. Rack mir fern. So was. Dem mit Lionel Messi habe ich ja aufgeschrieben. Naja. All right. Hören wir auch mit so was. Ey, das Ding ist, ich habe diese Karte wirklich noch nie gesehen. Ich mag doch manchmal solche Spieler zu testen. Man muss dazu sagen, die beiden Spieler kosten jetzt zusammengerechnet, glaube ich, 30k. Das heißt, gleich kommen noch sehr, sehr, sehr teure bei mir. Aber ich wollte erst mal doch auf Nummer sicher gehen und was Neues testen. Ich habe deine beiden Namen. Komm, starten wir mit meinen beiden Stürmern. Starten wir mit den linken Stürmern. Das macht heute ein Mann, der schläft. Der schläft ehrlich, wortwörtlich. Ousmane Dembélé. Dembélé, ja. Der Kater, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und am rechten Storch wie Miribéry. Ah, das ist doch rasiert. Ich dachte, ein bisschen Belgien kommt vielleicht, aber gar nichts in diese Richtung. Er macht, er braucht französische Nationalmannschaft. Yeah, man. All right, Leute, wir dürfen beide unsere Angreifer behalten. Es geht ins Mittelfeld und ich bin auf jeden Fall schon mal mit einem Lächeln am Start, weil ich glaube, ich habe den einen oder anderen. Okay, jetzt kommen dicke Batzen bei mir, das kann ich schon mal sagen. Wir haben eine World Cup Icon, die 1,7 Millionen kostet, gerade extra gekauft für das Video. Ich glaube, ich habe die noch nie gespielt, das finde ich auch Bock auf ihn. Luther Matthäus World Cup Icon. Linkes Mittelfeld ist der nächste Deutsche, Leroy Zanet. Und am rechten, das ist halt ein bisschen Krise, weil hier vereine ich gerade Deutschland und Real Madrid, irgendwie muss man ja seine Schäfchen zusammenbekommen. Das ist nämlich Sami Khedira. Also, eigentlich Kato bekommen, ich wusste nicht, Bruder. Hero, Hero. Hero Kato, also. Sami Khedira, Sami Khedira macht die Querpässe heute. Mönchengladbach oder sonst so, aber auf jeden Fall nicht hier in diesem Video. Und dann habe ich hundet und name aufgeschrieben. Ja, 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 aber... Also, Kroos raus, ne? Natürlich. Mensch, du, keine Frage, Mann. Aha, Krise, Krise, Krise. Ich suche schon mal einen Bronxenkeeper, ich tue den Bronxenkeeper am Ende rein, damit man noch sieht, dass die Schumi voll gewesen wäre, so in dem Sinne. Ah, ja, jetzt bin ich aber bei dir gespannt, weil du musst irgendwie der Bräule linken, denn Franzosen da, sieht auch noch nicht so doll aus, du bist jetzt schon auf drei Ligen und so. Ich bin sehr, sehr gespannt, also du hast dich eigentlich auch noch eingegründet. Ja, naja, komm, hier, der Weg ist noch weit, ne? Ich, noch viele Spiele offen, aber komm, starte mir mit dem Zentraloffensiv-Mittelfeld. Und da habe ich mich für Jack Gühle schon entschieden. Ich hätte auch bei Rassi noch nehmen können. Nein, ja, ja, den hättest du nehmen können. Aber heute nicht, nein. Das passiert hier, man macht gar keinen Spaß so gerade. Ja, 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 aber, aber, Leute, wir machen ganz entspannt weiter. Ich wollte schon beim Toti rasieren, ne? Und jetzt wäre ich hier noch rasiert im Team-Boost. Ja, schön. Also, ich glaube, du wirst schon in den einen oder anderen... Ah, egal, ich will nicht so viel reden. Komm, rechtszentrale Defensiv-Mittelfeld-Tilemann, Belgien-Link, ne? Die ist schlau-schlau. Ja, schlau. Vielleicht auch zu schlau, weiß ich nicht. Und ein ZDM-Schwilme-Vera. Stille gefällt mir nicht. Das Ding ist, komm mal, früher oder später musstest du halt einen Belgien-Link ranholen. Und dein Problem war, dass du schon drei Ligen hattest. Und im ZDM gab es das Leute wie Witsel aus der spanischen Liga und, und, und. Aber ich wusste, du nimmst einen aus der Liga, die du schon hast, weil sonst schaffst du 30 Schmier am Ende nicht. Und deswegen, da gab es nur Tilemanns dann. Ja, dann Bernardo-Silver und Vieira. Also beide ZDMs, also Mittelfeld heute nicht vorhanden bei dir. Egal, was? Okay, das ist vielleicht einer davon halt normal und der andere Bronx-The-Keeper. Sehr, sehr gut. Oh, my days. Einfach gegen Big Boy Benz. Oh, man. Oh, man. Okay. Ich habe bisher nur zwei Ligen. Du hast schon drei. Das heißt, ich brauche lange so eine neue Liga. Die Frage ist, mache ich die jetzt schon halt mal rein? Was hast du geglaubt? Ähm, nee. Habe ich nicht geglaubt. Es kommt die neue Liga. Sehr schade, sowas. Wir machen Karim Benzema voll mit dem Linksverteidiger. Das ist einer der besten im Spiel. Theo Hernandez, Team of the Tournament. Auch wieder dicke Batz, eine halbe Million oder so. Und Rechtsverteidiger haben wir jetzt aus der Serie A noch einen Deutschen, der auch wieder gute Links an Mann holt. Jeder hat hier seine Daseinsberechtigung in dem Team. Jeder passt irgendwie in Tollian, diese Winter Wildcard. Ich wusste auch, Rechts auf jeden Fall in Deutschland. Ich habe Kimmich aufgeschrieben. Ah, ich habe auch überlegt. Der Winter Wildcard, die hat auch richtig Coins gebracht. Ja, ja, ja. Aber dann habe ich, ohne Sinn. Bei einer Karte denke ich, okay, Coins und so. Bei einer Karte denke ich mir, egal. Ich habe Taleslings geschrieben. Aber das macht gar keinen Sinn, weil der kostet gar nichts. Ja, geht. Aber ich habe einen Linksverteidiger teuer, Rechtsverteidiger ist ja auch günstig. Du hast nur andersrum aufgeschrieben. Ja, stimmt, stimmt. So ein Crackhead will ich auch nicht auf dich. Naja, geil. Ich glaube, mein Team liegt irgendwie bei 4,5 oder so. Ein bisschen was kommt bei mir auf jeden Fall gleich noch. Ein bisschen was kommt bei dir aber auch noch. Deswegen nicht halt rein. Ja, komm, Stadion war ein Linksverteidiger und das macht heute... Hey, warum kommt nichts? Jetzt kommt hier. Guck erst mal von dir eine Karte, die ist ehrlich süß. Das ist Kastagne. Und ich glaube nicht, dass du nochmal auf dem Belgier in der Premier League gegangen bist. Weil das wäre geisteskrank auf jeden Fall. Da dachtest du, du hast diesen Tillemann und du hast deinen Dropstar benutzt. Ja, ja, das ist recht, ja, aber weiter. Und Rechtsverteidiger haben wir, Jesus Navas. Yo, danke. Ja, du hast mich hochgenommen. Ja, guck mal, für mich bist du nur ein halber Barca-Fan. Deswegen, ich habe Rody Halber aufgeschrieben. Ich dachte, du machst es so ernst als Barca-Fan, aber kann man nicht ernst nehmen schon wieder hier. Dann lass mal, Rody Halber eh Müll. Ich mag ihn. Rody Halber, Centro Busquets, Ferran Torres. Egal, aber das ist ein ganz anderes Thema, Leute. Ich mache meinen Podcast, wo ich die alle das auf den Schwarz hören. Warte, du hast, wen hast du als Rechtsverteidiger? Jesus Navas. Ja, okay, aber der hat bisher noch gar keine Schwarz. Ja, okay, warte, dein Innenverteidiger. Da werden die Schüsse gleich so kommen. Alrighty. Eine grande Finale aller 10 Mio Coins SBB. Ja, mein Spanisch sehr, sehr kaputt. Ja, ich halte hoch. Mein Brett ist hoch und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy, weil ich glaube, ich habe jemanden. Du musst niemanden haben, außer du hast mehrere Heroes aufgeschrieben, ne? Vielleicht. Ah, früh vergessen. Es gibt noch Heroes. Ah, das ist geil. Marquez World Cup Hero. Auch eine stabile Karte. Damit sind, glaube ich, viele Spiele jetzt auch voll. Nur die aus der Serie A, die schreien noch nach ein paar Links. Ich hoffe, der Linkse ist unauffällig. Ich habe hier eine Kombo gewählt. Die mag ich sehr gerne immer und die habe ich lange nicht mehr benutzt. Der Innenverteidiger ist Kjær von Milan. Ja, lass mal die sind, oder? Lass mal, wer spielt Kjær, oder? Der ist so undercover und geil, immer einfach viel lieben, der Zeug. Das ist Simon Kjær, oder? Lass mal. Also SS no G, das mit Eriks no F. Er hat das ehrlich gehandelt wie ein echter Kapitän. Aber in FIFA hat er nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Ja, wir erst sehen, Digga, das ist eine Welcome Story Card. 6,8, 4 Ratinger. Achtet, du wirst sehen, die frisst dich auch auf. Okay, mach du deine Spielereien. Komm, das Ding ist, ich sage ehrlich, ich habe ein bisschen Eierflattern. Mir ist echt nicht so schwer. Das Ding ist, warte mal, du hast vergessen, dass es Heroes gab. Hast du jetzt selber einen Hero oder auch nicht? Nein, habe ich nicht. Ich wollte erst zwei Heroes aufschreiben, habe da gar keinen aufgeschrieben. Ja, okay, jetzt brennt's. Nein, nein, Bruder, nein, Bruder. Bist du ein Barca-Fan? Ja, ich bin einer. Ich habe auch eine Barca-Karte, die du wahrscheinlich auch hast. Kunde. Geil. Ja. Danach habe ich das ein bisschen intelligenter gemacht. Doch, wir haben uns wieder für eine Karte von Manchester City entschieden. La Porte. Ja, dies ist geil. Und dann haben wir im Tor Catawker Frederic, Leute. Man muss die Memes immer mitnehmen. Wir haben uns für Ortega entschieden. Superman. Der hat damals bei Bielefeld gekickt. War das Bielefeld? Ja. Ortega macht das im Kasten. Aber ich weiß, Kunde darf heute nicht mitspielen, ne? Ja. Fair Play. Auf Nummer sicher gegangen im Tor. Vollkommen in Ordnung. Ich finde, wenn man eine Goldkarte, maximal zwei im Team hat, geht das fit. Wenn man aber übertreibt, ist das vielleicht immer zu doll. Aber geht's? Also, ja, Kunde habe ich gesniped. Ich habe komplett Barster aufgeschrieben, weil ich dachte, wäre komisch, wenn du keinen Barster-Spieler mehr nimmst. Ich habe auch Test-Ding im Tor aufgeschrieben, weil meine letzten drei SBB-Gegner hatten Test-Ding und ich wollte ihn immer aufschreiben. Habe es nie gemacht. Jetzt schreibe ich ihn auf, er kommt nicht. Das war so klar. Aber egal, ich habe drei Erraten bei dir insgesamt, ne? Das ist die Sache. Ich habe sogar Test-Ding auch bei dir aufgeschrieben. Ich dachte, du machst diese Umgekehrte-Psychologie, dass du den unbedingt spielst und so auf den weil jeder den gegen dich ausschreit. Ah, du hast sogar gewusst, oha. Ich habe früh geguckt, ich bin ruhig, ich gucke und so, die sind immer lachend. Ich war so sauer, dass ich die immer nicht erraten habe. Aber heute mal wieder drei Erraten haben, fühlt sich gut an. Das ist eines der guten SBBs. Aber ich muss auch sagen, bei dir war ein bisschen Kacke am Dampf, mit dem Bräune, Belgien war es ein bisschen eingegrenzt. T-Bow war für mich halt leichter mit Benzema, aber ich hoffe, er spielt auch gut. Komm, lass das Game hin. Okay, dann zeig mal her, deine Bronze-Kartenortega, okay, Franzelette. Aber wer sind, who are those players? Aber die anderen sind gut, die du hast, muss man sagen. Warte ab, warte ab. Diese Bronze-Karten am Ende, er schießt nicht der Hand. Man of Dimension und so, diese... Ah, stopp, stopp, wir müssen Kamera ändern. Respekt muss. Das Ding ist, das ist halt auch so eine richtige Achse bei dir, ne? Also so die ZDMs, dahinter der andere. Guck mal, kann schnell gehen hier. Kann sehr schnell gehen. Du hast so viel Raum und so. Und Otega, kennen wir auch noch aus der Bundesliga. Also das ist wieder zu viel des Guten auf jeden Fall. Yes, genau das ist das, was ich sehen will. Genau diese Runs, Bruder. Bruder, ich spiel den eh nicht, du brauchst nicht reinzulaufen. Oh. So nicht. Drunk sein. Renn. Yes, Sir. Mit Keeper-Move und er schießt noch wie Müll. Karim. Höhe, Franzeletti, oder so. Oh, das Pressing wirkt. Du musst Keeper. Ja! Okay. Sorry, Benz, aber ich dich disrespected habe am Anfang vom Video. Aber Otega ist gut im Tor, ja? Ja, aus seiner Nacht, Bruder. Guck mal, mit seiner 99 Schusskraft und so. Sieben Meter entfernt. Natürlich geht da rein. Das ist so der dicke Michael gebratzt und so. Wie viel Zeit. Oh, yes. Yes, I like it. Yes. Kevin. Oh mein Gott, mach weg, mach weg. Oh, und der Zug rollt wieder. Und er ist so am Rollen. Oh nein, das ist Quatsch. Er ist so am Rollen. Das ist Quatsch. Oh nein! Oh, der war knapp. Der war knapp. Aber jeder zweite Pass geht dorthin. Oh, das macht er super. Junge! Ja, kann ich immer noch mitarbeiten. Kann ich immer noch mitarbeiten. Und das ist Disguy, Junge! Oh, Torwart. What a cross, man. What a cross, man! Langsam wird es albern hier, Bruder. Geil, geil. Aber mein Kipp habe einen guten Assist. Er macht immer gute Arbeit, weil er dabei ist. Du, ah, 90 Schuss, Bruder. Hör mir auf, Bruder. Da wollte ich nicht hinschmecken. Hey! Mit rote Karte und alles. Guck mal, wie Dibble liegt und so. Was ist das? Bruder, chill doch mal. Bruder, ich drücke Klär an. Der macht irgendwas. Der wird getunnelt und so. Oh, danke. Ey, das... Boah. Ich habe gerade schon gesehen, wie ich Pantema das Karte wegen der roten Karte. Ey. Also... So, mit Kippern. Hey! 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 Yeah! So, mit Karten, Bruder. So, mit Karte. Yes! Yes! Der ist schneller als mein Auto, weil ich habe Schmeichel. Vergiss das nicht. Ich habe Schmeichel. Bruder, echt? Boah, das ist fast bei G. Das Spiel macht keinen Sinn, Digga. Oh mein Gott. Das Spiel macht gar keinen Sinn. Was? Hier haben wir den Grund gesehen, warum man im Tor doch einen guten Spiel annimmt. Der hat mich so... Mit Ortega hätte ich auch drei Gegentoren, sag ich ehrlich. Tee! Tee! Der Schmeichel, was hat der alles gehalten, Mann? Ey, er ist geisteskrank, Bruder. Er ist ehrlich, geisteskrank. Er war nur für Chemie da, aber in Zukunft kommt es da vielleicht öfter, weil er mir gefallen hat. Oh, Mann, Leute. Ich sage ehrlich, drei Discards. Wir haben auch ein paar Bronze-Karten mit dabei. Das ist vielleicht das Einzige, was wir bisher können. Aber ich sage ehrlich, ein Tor oder zwei Tore hätte ich schon verdient gehabt. So muss das Ganze nicht ausgehen, wie da... Es ist einfach mal unglücklich, bis hier etwas passiert. Aber ja, dann... Hurt mir auch ein bisschen leid. Und es passt immer so, wenn ich gegen dich gewinne. Seitdem wird es auch richtig toll. Letzte Woche bei dir auch irgendwie. Keine Ahnung, 700k, ne? Als ich da gewonnen habe, das war so in der Verlängerung. Na, mal schauen, ne? Also... Ja, aber ich kann ja jetzt auch nicht so viel. Ich kann nur drei Positionen sagen, ob da etwas Gutes steht oder nicht. Hängt nicht von mir ab. Äh... 4-2-2-2, ne? Mhm. Ich nehme ein linker Z-Ram. Ja. Ich nehme ein rechter Z-Ram. Innenverteidiger. All right. Das Ding ist, mittlerweile... Ich habe... Egal, ich sage dir einfach. Weil ich will korrekt sein. In Verteidigung packe ich ab jetzt eben nur schlechte Bronzer auf denen. Deswegen brauchst du in Zukunft nicht mehr in Verteidigung zu nehmen. Ich wollte ihn jetzt so oft zu hoch genommen, wenn ich in einer Verteidigung irgendwelche Spieler stehen hatte. Ich packe da gerne Leute hin. Aber ja, ich sage mal so, eigentlich gibt es nichts zu lachen, ne? Ich muss Laporte abstoßen, 350.000 Coins, ne? Und Kastanje. Ah... Okay, ja, hey, geht fit. Es sind insgesamt... Ja, ja. 370.000. Ja, irgendwie so. Definitiv. Schon nicht... Ja, okay. Wo war De Bruyne? ZDM. ZDM. Ich war nicht weit weg davon. Aber passt ehrlich, du blutest immer genug. Und Laporte ist auch nicht günstig, also... Ja. Ja, besser als De Bruyne, sage ich mal so, wie es ist, ne? So zwei Millionen Coins, das wäre für mich Bankrott. All right, Leute. Team ist ready. Kastanienbaum, Laporte. Endlich eine geile Karte, Laporte, wenn man das so sieht, ne? Man denkt doch gar nicht, dass der so teuer ist, aber 350.000 ist sehr, sehr viel. Das ist die Sache, das ist die Sache. Aber ja, Leute, das Team geht. Senden ab. And that's it, man. That's it, Leute. 12.345 Likes beim First Check. Gerne Anke-Frederick. Ab ist in der Beschreibung verlinkt. Und das war's von diesem Random-Tot. Die 10-Mirals, Baby. Haut rein, ciao.